Herzlich willkommen zum großen 96-Maschsee-Triathlon. Vermutlich hatte sich Chefcoach Mirko Slomka die Witterungsbedingungen bei der Planung dieser ganz besonderen Trainingseinheit etwas sonniger vorgestellt. Aber wer ihn und unsere Roten kennt, weiß, dass Hannover 96 sich von ein wenig Platzregen ganz sicher nicht stören lässt. Mit unnötigen Einzelheiten des Reglements wollen wir uns gar nicht aufhalten. Im Wesentlichen ging es darum, alle sechs Spieler der vier Teams mit dem Tretboot von der Ost- auf die Westseite des Sees zu transportieren. Die Hinfahrt wurde im dynamischen Duo angetreten, die Rückfahrt allein. Kollisionen nicht ausgeschlossen. Für den letzten Spieler jeder Gruppe stand dann noch ein schnelles Jogging am Nordufer des Sees an. Der große 96-Maschsee-Triathlon. Ein bisschen Taktik, jede Menge Teamwork und eine gute Portion Spaß standen im Vordergrund dieses ganz speziellen Wettbewerbs.